Tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch nie Dunkler Wald ranked gespielt. Okay, ich habe hier doch irgendwo so eine fucking Build Order für Dunkler Wald. Ich meine, ich habe die auch schon mal gespielt. Du warst eigentlich ein Fast Castle, aber du wolltest halt... Ja, aber du brauchst halt gute Late-Game-Siths. Also ich glaube zum Beispiel ist hier eines der beste Völkerbretung. Ja. Mongolen sind auch heftig. Und Spanier glaube ich auch noch. Franken sind stark. Ja. Also ich würde bei der Berber bleibe, aber ich kann ja gerne Franko. Da würde ich eher Spanier nehmen. Alleine schon wegen dem Trade-Bonus, weil das hier gerne mal auch auf Dunkler Wald eine Rolle spielt, wobei ich glaube, dass sie übelst auf den Sack kriegen. Das kann halt schon passieren. Ich glaube, wir sterben schon in den ersten Spielminuten, weil das irgendwelche Dunkler Wald-Only Spieler bestimmt sind. Die Flanks müssen halt für Gunde... Ich krieg die Ich krieg die Timonatoren angezeigt. Wenn wir jetzt hat das gerade... Ja, die Flanks müssen halt... Also es sind wohl offensichtlich Bride, ne? Die Flanks müssen halt zuwollen, ne? Du bist da, du bist da. Ja, ich muss auch in der Mitte zuwollen. Ja, 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 ja. Na, wo sind dann die Übergänge? Ach, du scheiße, sie mir nah. Ach, du scheiße. Wo läufst du hin, mein Freund? Und wir müssen auch den Scout da sofort hinschicken. Ja, ja. Ich mach direkt... Ah, fuck. Und ich krieg direkt von seinem Scout das Maul. Jawohl, Meister. Das hab ich mir schon gedacht. Du brauchst halt auch sofort Loom, weil du musst sofort nach vorne gehen und eigentlich wollen. Was? Ja, des war... Oh, fuck. Der sollte da vorne nicht hinlaufen? Na, da steht der Scout jetzt. Der voll Idiot, ne? Sollte nicht von... Oh, natürlich kommt jetzt der Wolf. Ich kann das halt gar nicht, ne? Ah, jetzt greift er zusammen in seinem Village an. Ah, fuck. Ah, was ist denn das denn Durchspiel? Ganz ruhig. Ah, ich will dem Entgut, ich will dem Entgut. Äh, äh... Wenn wir halt verlieren, dann verlieren wir halt. Ist doch gut jetzt, meins. Ist das ein bisschen nettes Spiel, alter. Das machst du ein Dodo. Ich bin halt kein Weiber, ne? Ich krieg das noch nicht, äh... Das ist keiner von uns. Deswegen hab ich doch gesagt, wir werden wahrscheinlich eh auf den Sack bekommen, weil es halt so... Was ist denn das jetzt für eine Einstellung hier, Kerle? Ach, 1000 Stunden Idle Time. Jetzt hat er mir mal Häuser abgerisst, der Penner. Ähm, wo bist denn du eigentlich? Du bist da links und schick ich mir mal einen Scout zu dir rüber. Ah, jetzt gehen wir mit seinem Scout auf den Sack. Ich glaub, mein Village hat einen Tod. Ja, oh Gott. Ach, jetzt hab ich kein Holz, alter. Och, maaannn! Ich hab zugewollt, Ivo. Äh, äh, Ironhide. Ja, ich hab zugewollt, die Mitte. Diesen Mittler, die wir haben. GG, alter. Ich hab kein Holz. Ach, ich kann sowas. Ich bin kein fucking Viper, alter. Ach, das ist behindert. Muss die doch auch gar nicht sein. Ja, aber jetzt hab ich die ganze Zeit rumgemacht. Hab Häuser gebaut. Er hat mir die Häuser abgerisst. Jetzt hab ich kein scheiß Holz für ein Lumbercamp. Ach, ich kann sowas nicht. Dann schick die auf die Steckler-Trees. Das ist sowieso eigentlich... Also, eigentlich ist die Build-Oder, du läufst nach vorne, wallst zu und machst vorne hinter der Wall dein, äh, dein Lumbercamp. Gibt's nicht eine extra Build-Oder eigentlich für Black Forest. Aber es ist trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll, finde ich, zu spielen. Ich hab jetzt hier auch schon was verkackt. Ich hab mich schon längst ein Bohr holen müssen. Ich hab, glaube ich, zehn Stunden Idle-Time. Ich hab, äh, welche Villager seid denn ihr jetzt? Wenn ich nicht Host wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei 15. Dann wird's gerade 14. Bei 14 Villager und ich bin bei 17. Was macht ihr denn? Ja, das ist das, was ich mein, oder? Idle-Time. Ja, und dann Loom halt. Und ich hab jetzt eben halt, war ich Host. Ich mein, ich hab diese Build-Oder zwar schon mal gespielt, aber auch noch nie auf diesem Niveau. Leute, jetzt jetzt, also, sorry, aber jetzt übertreibt ihr wirklich ein bisschen. Du gehst in die Mitte, machst halt Loom früh und dann baust du da ab, dann ist's fertig. Ja, aber du musst ja schon gucken, weil bei mir waren auch schon der Späher und der Dorf. Ja, bei mir der Blaue auch. Ja, mein Gott. Ich hab mich halt mit denen, also der hat nur zwei Villager gehabt und, äh, Dings halt einfach zwei, ähm, äh, und halt seinen Späher. Und dann hab ich mich mit meinem Villager und seinem Villager und seinem Scout halt herumgeprügelt. Macht einfach fast Impleude. Ja. Dann wird es kein Problem sein. Ich arbeite dran. Alter, wo läufst du denn hin, mein Freund? Da drüben sind noch welche, sehr gut. Da drüben sind noch welche, sehr gut. Ich bin hier ein Jägare. Du wäre. Kelten hätten auch eine nehmen können, vielleicht. Ja. Gut, und sind eigentlich auch nicht schlecht, weil die halt Dauer spammen können. Ja. Ah, jetzt tritt der Scheiß-Ree weg. Ja, ich pushe das nicht. Mach das so. Ach so. Und eigentlich geht man noch frühzeitig auf Stein, damit du Stonewalls dahinter machen kannst. Ach, das gibt's, dann bin ich schon wieder haust. Hab ich nicht genug gebaut. Ah, jägerlich. Okay, finally, ich hab hochgeklickt. Ich geh jetzt nach dem nächsten hoch. Okay, zwei sollen auf Holz gehen. Ah, jetzt rennt das doch mal wieder weg. Ach, ich hasse es. Holst du da einfach auf lange Distanz? Ah. Ah. Was ist mit dir hier los, Kollege, bitte? Geh arbeiten, mach irgendwas. Hey, Sir. Ja, Buhwere. Ja, Holzer. Buhwere. Bereite, Buhwere, Holzer, heiße, Holzer. Holzer, das ist soll. Buhwere. Oh? Da. Ich war gerade verwirrt. Ich hab jetzt auch geklickt. Wunderbare. Ich brauch noch einen kurzen Moment. Sonst badern wir mal alles auf Holz. Jetzt hab ich auch abgeklickt. Hey, ja. Bereite. Hey, Sir. Ja. Hauber. Buhwere. Äh, Daniel? Was denn? Was machen deine Dorfbewohner bei mir? Ah. Hm? Ja, dann... Dorf ist ständig. Ja, mach. Dorf ist ständig. Ähm, vielleicht kann der Eier Scout auf Autoscout lassen, dass wir noch schon einen Sneak hatten. Jawohl, Meister. Gott. Wo lobe ich mir das? Hey, Raucher. Dass ich soll. Uwere. 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 Wie viel Holz kostet ein TC? 257, oder? Uwere. 175. 257, ne, ja. Dann brauche ich 500, 550 für zwei, ne? Teuer. Hey, ja. Uwere. Uwere. Hey, Sir. Holzer. Da 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 da. Manchmal geht bei dir echt was kaputt, oder? Warum? Ist halt du, sagt Musik. Du bist du, sagt Musik, alter. Ja? Uwere. Hey, ja. Uwere. Was ist denn jetzt hier los? Ja? Bereite. Holzer. Uwere. Hey, Sir. Das war. Holzer. Holzer. Was ist denn jetzt hier los? Ich brauche noch etwas Stein. Hey, ja. Holzer. Bereite. Uwere. Dann schauen wir doch mal, wie das mit dem Boomen da hier so klappt, ne? Ich, ich habe tiefstes Vertrauen in euch. Denke doch auch, ne? Dass mir das irgendwie hinbekommt. Uwere. Okay, ich mache Steinwall. Benner dran. Ja, habe ich bei mir auch schon gemacht. Hey, Sir. Hey, ja. Buuere. Hey, ja. Bereite. Oh, fuck. Host. Uwere. Uwere. Hey, ja. Uwere. Hey, Sir. Buuere. Hey, Sir. Uwere. Oh. Bereite. Wie viele TCs habt ihr denn hier? Ich bin gerade dabei, das Viertel zu bauen. Okay. Hier. Ja, dann baue ich, glaube ich, auch nur noch eins. Uwere. Uwere. Hm, genau. Oh, Nico. Der Rhythmus hat mich einfach wieder mitgerissen. Hm, passiert ja öfters, Mugga. Ja. Wie gesagt, wenn es euch nervt, müsst ihr sagen, ne? Dann halte ich den Ball flach. Ja. Denkt dran, Leute. Immer schön das Holz ausgeben. Ja, ich bin bei 111 und 50 Nahrung. Also ich halte alle Ressourcen so klein, wie ich ihn irgendwie kann. Bereite. Hier lasse ich mal. Bereite. Es war Buuere. Buuere. Bauen wir mal ein paar Außeposte, ne? Ja, habe ich auch schon angefangen. Ja. Man weiß ja nie, was die da so vorhaben, ne? Die... Die ollen Schmollos. So. Kloster habe ich auch schon mal gebaut. Buuere. Buuere. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir hier noch Kloster. Dann könnten wir eigentlich auch eine Uni, ne? Dann könnten wir auch eine Burg gleich hochgehen. Ich weiß halt noch nicht, ob was soll... Was haben wir noch mal als Gegner? Franken? Nee, Briten? Polen? Bereite. Buuere. Ja. Äh. Boah. Sehe ich das richtig? Burgunde? Mhm. Ja. Uuere. Heiße? Ich weiß denn, ob ich auf Kauf gehen soll. Ja. Uuere. Okay, was ist denn... Der bei mir ist der Brit. Och nöööö. Warum? Uuere. Warum kriege ich immer die schwulen Archer? Heiße? Uuere. Uuere. Also zentraler geht die Burg, glaube ich, gar nicht mehr. Uuere. 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 Mach's wohl. Ja. Buuere. Hey, ja. Hey, se. Buuere. Hey, ja. Buuere. Uuere. Buuere. Heiße? Uuere. Uuere. Okay, ich glaube, ich verkaufe jetzt einfach alles, was ich an Holz reinkomme, um hochzugehe. Ja, schon. Ja? Ja. Uuere. 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 Okay, ich habe hochgeklickt. Uuere. 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 Mir fehlt noch ein bisschen Gold. Ja? Ja, deshalb habe ich meins halt verkauft. Hey, ja. Ach, meins verkauft mein Gold. Ähm, ich habe mein Holz verkauft. Uuere. So, ich mache dann auch gleich die Technologie, dass, ähm, Eier-Burke schneller arbeiten. Ich denke, das ist für Mangodai ganz geil. Äh. Hey, se. Buuere. Hey, se. Uuere. Ich hoffe. Äh, baut jemand von euch Siege? Ich kann Kanone bauen. Ich kann halt eigentlich auch keine schlechte bauen, wobei ich mit Siege nicht so gut spielen kann, aber... Uuere. Hey, ja, des war. Wollen wir irgendwie durch die Mitte vielleicht? Hier durchcutten? Uuere. Hm, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir cutten wollen, ist hier, glaube ich, das Beste. Uuere. Oh, da kommt gerade eine Burg, okay. Okay, ich muss auch gleich hochklicken können. Bin jetzt bei 111 Wilds. Ich mache aber noch ein paar mehr. Ja, hab eben geklickt. Ja, hab eben geklickt. Bereit. Ich eigentlich alle Eco-Upgrades Gold brauche. Hab ich. Okay. Okay. Der Stuck da ein bisschen. Okay, wo baue ich einen Trade hin? Ich baue den auch bei den... Tibo, eins, zwei, drei. Hey, ja, Uuere. Okay. Buuere. Rete. Uuere. Was? Ich bin angegriffen. Wo? Was? Ach so, sei, Burg schießt immer Häuser. Oh. Bereite. Holzer. Heiße? Uuere. Oh, oh. Okay, was brauche ich denn? Ich brauche keinen Wolf. Gott verdammt. Das ist die Scheiße jetzt. Hey, ja, das war. Uuere. Wifelfall brauchen wir noch ein paar Burger. Was kostet das? Ich kriege irgendwie kein Gold drin, ne? Mit den Trieböcken kann man doch auch wegcutten, oder? Ja. Weiß ich gar nicht genau. Doch, ganz genau. Ich baue mir damit quasi. One-Shot. Ach du Scheiße, da kommen wir ganz viel Archer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das sind Abbeläste. Oh Gott, Scheiße. Fuck. Können wir jemanden holzchecken? Ja. Tivo da. Ja, ich glaube, die wollen sich jetzt durchkratten. Ah, jetzt sind es Onager, ja. Die kommen wir gleich. Scheiße. Scheiße. Ich bin noch nicht so weit. Buhwere, Buhwere, Buhwere. Die haben ja noch alle Upgrades, aber gut, die kommen wir jetzt halt. Wahrscheinlich. Ja? Hauwere. Äh. Hauwere. Bereite. Hauwere. Haben wir dann unseren Schreit noch eine Burg. So. Das machen wir nicht Ich schicke schon mal ein paar Ritter zu dir rüber Auch mehr Produktionsgebäude Du kannst doch Berber bauen, ne? Äh, die, die, wie heißen die dann? Genet, das brauche ich ja, aber letztens wird das, glaube ich, ziemlich eklig Jetzt reißt der mir mal auch so ein paar Stab Ja, die haben halt jetzt schon wieder Elf-Range, das ist doch lächerlich Ich weiß genau, wie dieses Spiel wieder läuft Scheiß Archer Kannst du Ja, es ist gleich nochmal, ähm, Bombard-Kennens machen Ich hab noch keine Chemie Oder doch, hab ich, aha Jedes Volk hat Chemie, Mann Ich hab's dann halt entwickelt, das wollte ich damit sagen, aber doch hab ich sogar schon Ich hab noch ein paar mehr auf Wood Das hätte ich jetzt nicht erwartet Na, ich hab zu viele abgezogen Ich hab zu viele abgezogen von Wood Ich denke, es macht wohl langfristig Sinn, dass ich das drei Felderwirtschaft mach, ne? Ja Auf jeden Fall Wenn es eine Karte gibt, wo man das machen kann Dann ist es, ähm Glaub ich hier so eine Boom Defensive Karte Oh, sie haben durchgekartet Geht los Daniel, kannst du kurz deinen Markpinger? Ich hab ihn schon gefunden Ähm, ja Ja Achtung, da kommen wir zu Onaga Ja, wir bräuchten mehr Platz, damit ich, äh, geh zurück, geh zurück Wenn die da in dem Chokepoint stehen, dann sterben wir nur gegen die Ja, das ist halt das, was Brete kann Hast du selber schon Onaga da drüben irgendwie? Ja Wir wollen doch Bombard kennen, das dachte ich Ja, aber dann können wir selber da frei cutten Weil ich bräuchte Platz für meine Ah, okay, ich kann drauf springen Komm mal, Chevaliere, ganz hier Chevaliere Ja, ich geh rein Woah, shit Der holzt mir doch mit der Inmarginate drin Ich stelle mich einfach zwischen Ich will doch zwischen Woah, der fuck, der killt mir die grad alle Ah, ah, fuck Ah, fuck, ah, fuck, ah, fuck, ah, fuck Ja Buhwere Ah Ah Das war jetzt schon wieder so eklig das Spiel Ah, Mann Hey, seh, vereite Buhwere 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 Ah Ah Okay, der tollen Bombard kennst bei mir Ja Och, komm Wo sind denn die, die Mangen da? Ah, da schaffe ich nicht durch Ich komm an die nach dran Es ist wieder so lächerlich mit Brito Es ist so lächerlich Es ist so lächerlich Oh, Leute Was ist denn falsch bei euch? Arbeitet, verdammt Ich bin jetzt einfach umgemäht Ihr habt doch Reischweite, was ist denn hier falsch bei euch? Ich komm da auch noch nicht mal mehr bis zu denen Ich komm da auch noch nicht mal mehr bis zu denen Ne, ich wär einfach nach Ich wär einfach langsam weggepusht Hey, seh Hey, seh Bereite Hör mal Buhwere Hey, ja Das war Buhwere 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 Keine Schoss Ich überliere überall eine Base vom Polo Arches sind das Problem Schön, dass ich Kamele baue kann Wenn sie direkt von Archer weggeballert waren Ah, und jetzt Ich... Ich halt nur Häuser baue Dankeschön Alte Keine Chance Also ich bin gleich tot, ne? Ja Ich bin immerxamter Eko-Grad Nicht sonst noch Brunnen dagegen Ja Jetzt springt's halt nicht mit so viel Schemalierung Nee, nee Ihr sollt da auf die Dinger schießen Seid ihr dumm, Alter Oh Ja Ich hab gleich nichts mehr Ja Ja Jetzt Reiden die Chevalieren mal bei ganzer Eko Ne, ich bin tot Buhwere 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 Nein Ö Kann hier irgende lado Dass ich flieh' kann mit ein paar DAF bewundern Ich äh Dafür bräuchte ich erstmal nen accessible Ehh Arfenschmiede Wo? Wo ist denn Problem? Ne, ich bin grad Dann bin ich tot Das ist mir sowieso Ich wüsste jetzt einfach, was ich dagegen spammen kann Momentan sind es nur die Chevaliere, aber ich kriege gerade keine kritische Masse an Kamele Ja, die reißen mir jetzt halt das TC ab Naja, es sind einfach zu viele So, ich bin dann wohl raus Ja, die Chevaliere reiten jetzt einfach durch und resieren ja gleich alles weg Ja Nein, ich hab die Quickwall verkackt Ja Strittet Ja Gebur Bereite Gebur Bereite Ja 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 Holzer Bereite Sasser Bereite Buhwere Ouwere BeUscht Nahrung Yin wird gerade schwierig, ehrlich gesagt es wirДа Natürlich gensули Ah, jetzt ballert er mir wieder hier alles weg. Ah, fuck. Jo, an der Stelle, glaub ich. Äh, ja. War wieder ein schönes Spiel gegen Breater. Ich guck mich mal bei denen ein bisschen oben. Bist du jetzt rausgegangen, oder was? Nee, äh, nee, ich schreit einfach mit meinen fünf Kamele, die mir geblieben sind, nur durch und schau mich mal um. Aber ich hab hier nix mehr, ich krieg jetzt grad noch an meinem letzten TC, das ich hab, eine Burg ins Gesicht gebaut, aber ich krieg halt auch keine Nahrung. Ich hab 7000 Holz, aber ich hab halt keine Nahrung, weil mir ganze TC's abgerissen würden. Ja, es ist da so! Ja, ist das so. Ja, ist das. Ja, ist das. Ja, ist das. Ja, ist das. das sind halt einfach dumm ja der grüne fährt jetzt gleich zu dir über daniel naja der taucht hier schon auch mit seinen fischern ja da kommen sie ja ich hab nix mehr sind alle so pinden alle scheiß fickatsche ja ich kann nicht fliehen ich werde jetzt komplett gewiped ich krieg halt auch keine onaga mehr reingetaggt ne ja hab ich auch ja schade 46 holz noch auf dem baum dann hätte ich mich durchgehackt schade ja 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 hier ist el baum wenn du dann irgendwie vielleicht mit nem trebuch oder sonst was durchkatte könntest dann komm ich vielleicht mit dem paddorfbewoner hier nicht mehr raus das ist nicht die weiche zahl also es ist du und es mal endlich das cc wenn du jetzt nicht hier warst komm bin ich raus probier mal was ob ich hier bräuch für onaga 500 gold ich mein das macht jetzt auch keinen unterschied im endeffekt wo ist denn eigentlich mein mönch hin ich hatte doch nen mönch gebaut ja wo das war es hätten sie bei mir auch durch ich ja hey ja ja sharp ja 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 Ja? Ja? Das war's. Bu wäre. Ja, streitet, bereitet, sa, sa, feiße, streitet, hey, ja, uvere, das ist soll, buvere, da steht er doch, da steht er, So, rein aus Prinzip cutte ich den Thibaut jetzt noch frei und dann können wir GG machen. Ich habe jetzt selber in Onaga gerade einen Auftrag gegeben. Ich cutte jetzt selber, aber da steht halt scheiß Burg, cutte ohne rum. Ja, genau, huch, so weit wollte ich gar nicht schießen. Ja, da habe ich mit der Eko auch jetzt, ja, von mir aus. Ja, man könnte meinen, dass die Kombination aus Kavallerie und dumme britische Fickarche stark ist. Das Problem ist einfach, dass die die Map halt einfach saugut kennen und ganz genau wissen, wie man hier spielt. Ja, aber halt auch die Verhältnisse sind ganz gut aufeinander abgestimmt. Ja, wobei die Schevers, äh, wären jetzt eigentlich dämlich gewesen, weil sie gegen, ähm, meine Palas eigentlich deutlich verlieren. Klar, aber wenn du halt Archer hinne hast, dann reicht das halt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Schön. Kann ich diese Thibonatoren irgendwie rausmachen? Mich irritiert das komplett. Aber du musst nur halt diese UI-Mod deaktivieren. Scheinbar ist die bei dir noch an. Nee, ich hab alles deaktiviert Ja, okay, der Blaue hat halt noch Farmbooming gemacht Äh, Farmbooming ist halt schon Fischboom Jaja Jetzt hab ich mal da gedacht, dass die halt bei denen Beide, guck mal, bei Also die hatten von denen ganze Fischteiche Die es doch gab Alle bei denen drüber Ja, wobei das jetzt auch keinen Unterschied Gemacht hätte Ja, sind wir mal ehrlich, also Oh, da baue ich nen Hafen rein Da fische ich jetzt Die haben einfach besser gespielt, fertig Wie gesagt, ich bin der Meinung Das war halt wieder Behinderte Sif-Kombi, also keine Ahnung Äh, da waren halt Onaga Mit, äh, deine Shevas Und deine britische Scheiß-Fick-Archer Ja, das hätte aber trotzdem Alles nicht so viel gemacht, wenn wir Schon deutlich mehr Gehabt hätten Ja, aber Der Witz ist doch Das Chevalierer-Counter Die Blankler Und die Archer-Counter Die Spearman So Ja, aber im Prinzip Hab ich bei In Theorie hab ich beides von denen Gekountert Aber ich hab halt nicht die Masse gehabt Um wirklich etwas Erwähnenswertes machen zu können Weil die Paladine von mir sind Erheblich stärker Wie die Shevas von ihm Und, ähm Theoretisch gewinne ich damit auch Gegen britische Archer irgendwann Klar, aber das Problem war halt Gewese Du hast auf dunkler Wald Zu wenig Platz Und groß zu Zu Quasi zu Micron Und da haben halt einfach dann Fünf, sechs Onager gestanden Und es reicht halt einfach Ich hab die Haufe von denen Genets gehabt Das reichen halt E2 saftige Schüsse Und die sind halt alle tot Ich glaub, wir hätten die ein bisschen Und im Moment verlierst du Ich glaub, wir hätten die ein bisschen Noch reinlassen sollen Das hätte uns eine Zeit gegeben Noch ein paar mehr Ähm Numbers aufs Feld zu bringen Und wir hätten dann Platz gehabt Ja, aber du kam halt direkt mal Eco Ich mein, du musst halt nur gucken Wie nah ich an dem dran war Ja, schon, aber Du siehst quasi diesen farbischen Oder diesen Fleck Wo die Fliese da sind Ja, ja Wo stand mein Start-TC So Und du siehst hier, wo sein Start-TC Steht quasi da, wo halt Dieser Weg da endet Ja Das führt ja zu dem TC Das heißt, du siehst halt Der war ja direkt neben mir Ich mein, an dem Jogpoint Haben wir dann zugewollt Aber Was will ich denn halt machen? Da war nicht viel Platz mehr Los Da hätte dann direkt mal eine Eco gestanden Oder hat's ja dann auch Du ist nicht viel zurückziehe Oder zurückfalle lasse Das war halt das Problem Dass so wenig Platz war Der Jogpoint war sehr nah an mir dran Und wo die durchgecuttet haben War's klar War keine Ahnung Du hast gar nicht auf die Elos von denen geachtet Ehrlich gesagt Ich hab nicht mal mehr in die Statistik geguckt Ich bin einfach rausgegangen Also der Grüne hat 1500 Team-Elo Und 1078 Solo-Elo Und insgesamt um die 6-700 Spiele, glaube ich Müssten das grob überschlagen sein Hellblau 1600 Team-Elo Also auf jeden Fall auch über mir 1100 Solo-Elo Und auch schon einiges an Spielen auf dem Buckel Also mehr wie jeder von uns Was will ich noch gucken? Also den Blauen habe ich gut ausgekontert Da wäre ich eigentlich auch reingekommen Aber das Problem war halt Der Blaue war zu schwach Also der war der Was heißt der war zu schwach Der war aber der schwächste von denen so rum Ja, der hat Halt dann Der hat von mir Über 1000 Spiele Ja, der hat von mir aber Pressure bekommen Und der ist Dann vom Grünen unterstützt worden Und bei dem Türkisen Die Schewa sind ja in meine Richtung gekommen Beim Iron halt durch Und wollten in meine Eco Da musste ich einen Teil von Mangudai abziehen Und habe da an dem Towncenter vom Ironhide Wenn du weiter runter gehst Nein, links Da bei dem Towncenter Da habe ich Die ganzen Schewa hat alle abgefangen Guck dir mal den Handelsgewinn von Blau an 12.000 Jo, der Contoché mit seinen Fallworks Alter, hat er viele von deiner Dinger gebaut Ja, der hat halt wahrscheinlich Lass mich raten Der hat am meisten in der Ahnung von uns alle Der Grüne Überraschung Er hat mehr als wir alle Ja 64.000 Ich habe jetzt auch keine schlechte Farm-Eco, glaube ich, gehabt Gut, ich habe ja auch 50.000 Nahrung gesammelt Ja Er hat trotzdem Achso, okay War mir noch gar nicht bewusst Ja Der hat halt wahnsinnig viele Bombard-Kennnisse gegen mich eingesetzt Und Kanoniere Plänkler Chevaliere Die später noch zu Paladin wurden Du, aber mit den Bombard-Kennst gar nicht so schlecht, ne Der ist halt Ja Aber ich hatte dann Ich hatte da Regelmäßig 7, 8 Trieböcke Die einfach auf Autoangriff waren Und die haben alles da in diese Zwischen diese Zwei-Stein-Welle da reingeballert Was dann halt dazu geführt hat Dass er dadurch wahnsinnig viele Einheiten schon hergeschenkt hat Ja, aber in M.D.L. Die Ballern trotzdem alles weg In M.D.L. war es egal Weil Der muss mir Stand halten Ja, ja Das ist richtig Während die halt Über unsere Flanke Ich meine Ja, war ja typisch Tobi konnte den Push nicht stoppen Aber es war halt einfach dumm Es ist halt einfach Finde ich das Problem Auf Black Forest Ähm Mit Also Keine Ahnung Du musst halt irgendwie diese Archer kontern Du kannst sie mit Siege fast nicht kontern Und ich muss sagen Eigentlich ist sie nicht die beste Antwort Auf diese Fick Archer Nur es Du hast auf Black Forest Nicht genug Platz Zum manövrieren Und es reicht halt E2 saftige Schüsse Und die waren Ich hab 40 Stück auf M.O. verlor Das reicht halt Und dann Die hatten halt Einfach auch mehr Wie wir Also das war fast doppelt so viel Militär Was von denen durch den Chokepoint Kam als das Was wir entgegengeworfen haben Ja ich mein Ich hab ja gesehen Wo dann die Archer sich so gesammelt haben Und wo dann auf M.O. Mange kam Und ich sag Jetzt ins Onaga Jetzt wird gleich gecuttet Und so war es ja dann auch Ja So Also Dann war es ja klar Das los Da hab ich ja Bescheid gegeben Dass die jetzt hier kommen Aber Da hatten die halt schon Unmenge Also ich muss halt Asad Mich hat diese Das gehört Vielen Dank.